Was ist das Hotel? Ja, man kann sagen, das Hotel ist auf jeden Fall top, da kann man überhaupt nichts sagen. Trainingsplätze genauso, sehr gut, am Wetter haben wir Glück gehabt, hat eigentlich von Sonntag weg bis heute, bis Freitag nur Sonnenschein, also können wir wirklich glücklich sein, dass das so gewesen ist. Wir haben einiges trainiert, wir haben harte Trainings hinter uns, wir haben am Mittwoch schon zwei Testspiele gehabt, wir haben morgen am Samstag noch einmal ein Testspiel und ich glaube, es ist einiges weitergegangen die Woche und es ist soweit alles gut verlaufen. Nein, es ist auf jeden Fall nicht die schönste Zeit, aber es ist wahrscheinlich die wichtigste Zeit in der ganzen Saison, weil in der Vorbereitung heißt es eigentlich Kraft holen und Kondition holen und von der kann man dann die ganze Saison lang zehren und man sieht ja immer wieder, es hat Vorbereitungen gegeben, wo ich zum Beispiel angeschlagen war oder nicht alles mitmachen können habe, das zieht sich dann in die ganze Saison hinein und wenn man in der Vorbereitung Gas gibt und das wirklich gut über die Bühne bringt und da wirklich schaut, dass man alles gibt, dann hat man auch die Kraft für die ganze Saison und das macht sich dann bemerkbar auf jeden Fall. Na ja, dadurch, dass jetzt in der zweiten Liga und jetzt nach der WM die Winterpause ja extrem lange ist, haben wir, glaube ich, eine sehr, sehr lange Vorbereitung, das ist eine der längsten in meiner Karriere. Da kann man schon schauen, dass man schon bei der Kraft arbeitet, dass man Kondition tankt, eben viel Kraft, das sind die ersten Wochen, da geht es eigentlich mehr um das, da geht es gar nicht so viel um Spielerische, da hat man dann danach noch genug Zeit, wir haben schon einige Elemente aber eingestreut jetzt im Trainingslager, auch was das Taktische betrifft, das Verhalten gegen den Ball haben wir besprochen und ja, wir haben jetzt dann nach dem Trainingslager immer noch drei Wochen Vorbereitung und ich denke einmal, dass man da dann schaut, dass man spritziger wird, dass man so kurze Intensitäten hat und ja, dann auch, dass das Spiel mit dem Ball noch forciert wird und dass wir dann für das erste Spiel natürlich top vorbereitet sind. Ja, klare Linie, es wird schon sehr intensiv trainiert, es wird viel verlangt von uns Spielern, aber ich denke, das ist gut, da kann sich keiner irgendwie zurücklehnen oder sagen, ja passt, ich mache jetzt mal ein bisschen weniger, es wird von jedem Spieler 100% eingefordert und ja, wir haben einen relativ großen Kader, also der Konkurrenzkampf ist auf jeden Fall schon voll eröffnet und ja, ich bin guter Dinge, dass wir dann im Frühjahr eine gute Rolle spielen werden in der Liga. Ja, ich denke einmal, schauen wir einmal, dass wir gut rein starten, dass wir gleich im ersten Spiel einmal Vollgas geben und im besten Fall dann drei Punkte holen und so vielleicht in einen Lauf reinkommen. Ich denke, die Qualität hätten wir im Kader, dass wir wirklich viele Punkte machen im Frühjahr. Ob es dann wirklich nochmal dazu reicht, dass wir ganz vorne angreifen, das hängt nicht nur von uns ab, aber wir wollen auf jeden Fall unsere Hausaufgaben erledigen, so viele Punkte wie möglich sammeln und wenn dann die Vereine vor uns ein bisschen schwächeln, wollen wir da sein und das dann ausnützen. Das ist noch in der nächsten Folge. Vielen Dank.